Ich helfe ihnen. Ich verhelfe euch zur Flucht, auch wenn ich dabei sterbe. Hier, ihr Drecksviecher, fress das! Meine letzte Magie! Feuer! Feuer, feil! Was? Das war der Wahnsinn, Justus! Gut gemacht! Ja, aber ich war das gar nicht. Was? Das ist ja ein Kind. Nur noch zehn Goblins! Losfahren! Meister, Feuer! Es brennt! Ja, ich bin Feuer und Flamme. Immerhin ist das dein erster Kampf als Abenteurerin, Frahn. Nein, ich meine, der Wald da brennt. Ja! Aquakreation! Keine gute Idee, Feuermagie im Wald einzusetzen. Frahn, du musst hier Erdmagie benutzen, so wie wir es geübt haben. Ja, ich versuche es. Steinhagel! Meister, deine Magie ist so mächtig, wie toll! Das liegt daran, dass sie durch meine Skill-Magiekunde verstärkt wird. Zu schade, dass ich ihn dir nicht übertragen kann. Nur noch sieben! Doppel! Hey! Wie kann ein Kind wie sie nur so unglaublich stark sein? Steinhagel! Frahn hat nun Level 4 erreicht. Ah, auch mal wieder da, Tutorial-Lady? Ich fühle mich jetzt schon sehr viel stärker! Steinhagel! Meteor-Schlag! Ich fass es nicht, sie hat sie alle ganz allein besiegt. Der Wahnsinn! Heilkreis! Was, das ist ein fortgeschrittener Level 7-Zauber? Ich hab zum ersten Mal Regenerations-Magie verwendet! Gut, dass wir den Skill aufgelevelt haben! recorded im Film! Das ist für das Erländerung! Und es wird sicher sein lang in der Seite,